Servus, jetzt auf den Weg bei Skydive Nuggets. Herzlichen Dank. Wie geht's euch? Mir geht's saunut. Ja? Ich freu mich. Was machen wir heute hier? Wir machen einen geilen Sprung, habe ich das Gefühl. Wieso tun wir das? Wieso tun wir das? Wieso tun wir das? Weil wir ein Krass für Fahrrad Spaß haben wollen. Wollen wir mal einen englischen Wolken machen? Jawohl, dann wünsche ich euch viel Spaß. Jawohl. Wieso? Danke. Ja. Wieso? 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 Ich freue mich immer noch, ein und frei. Ich bin gut drauf, danke schön. Wunderschön, die Welt versucht. Ja, ganz geil. Sogar. 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 Das Bild ist mega geil. Schaut euch das gut an, Uli, Jungs. Elias, Jonas. So was sehen wir in vier Wochen, wenn wir wegfliegen in den Urlaub. Das hat so was hier noch. Ich habe die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Immer noch saugut. Ich freue mich immer noch. Ja, ich habe die Angst. Die Angst und ich habe die Angst. Krass. Vollkirchen. Oh, oh, oh. Dann ist das nicht so gut. Aber wir haben auch drei. Die Kinder haben halt Meils. Das ist super geil. Aber wir haben auch den Kopf. Das ist ein Auto P1. Immer noch ein Auto P1. Immer noch ein Auto P1. Das ist ein Auto P1. Also. VW. TGDC. 1 A2. Ganz locker voll. Viel Spaß. Ja, voll habe ich. Danke schön, Tobi. Vielen Dank. Voll Spaß. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018